Halbfinale, Top 4, wir suchen die Finalisten. Und wir haben zwei verdammt gute, spannende Spiele gesehen. Aber der Reihe nach. Also das erste von zwei zuerst. Ja, Frankreich, wie, was soll das heißen, die haben ein Tor aus dem Spiel heraus erzielt? Ausgerechnet gegen Spanien? Wow. Naja, aber sehr lange hat das nicht gehalten. Dank eines Zaubertors von Jamal und einem... Eigentor. Das war Nummer 11 bei diesem Turnier. Der Rekord wackelt jetzt gehörig. Apropos Rekord. Jamal ist jetzt der jüngste Torschütze in der Geschichte der Europameisterschaft. Kurios, dass bei einem einzigen Turnier beide Rekorde gefallen sind, der für den jüngsten Torschützen und für den ältesten Torschützen. In der zweiten Halbzeit war es dann das erwartete Spiel. Frankreich musste und Spanien konterte. Aber Frankreich konnte einfach nicht. Sie waren offensiv wirklich erschreckend harmlos und ungefährlich. Ja, Gratulation an Spanien. Sie stehen verdient im Finale. Und Frankreich hat eigentlich insgesamt kein gutes Turnier gespielt. Es ist eigentlich ein halbes Wunder, dass sie so weit gekommen sind mit diesem Minimalismus. Im zweiten Spiel kann man sagen, England versucht's, Niederlande trifft. Und da musste England gleich nach sieben Minuten mehr machen, als sie wahrscheinlich ursprünglich wollten. Aber sie haben ihre Comeback-Qualität in der K.O.-Phase ja schon bewiesen. Und Harry Kane hat seine Elfer-Qualitäten bewiesen. Wirklich ein Wahnsinn. Da passte wirklich nichts mehr zwischen Torpfosten und die Hand des Torhüters. Und beide Mannschaften haben dann zusätzlich auch noch das Aluminium getroffen. England mit einem ziemlich zählstrebigen und kontrollierten Spielaufbau, wie man ihn eigentlich in diesem Turnier kaum noch von ihnen gesehen hat. Und so, wie man es eigentlich von Beginn an von ihnen in diesem Turnier erwartet hätte. Die Niederlande waren eher auf Konter und schnelle Vorstöße aus. Aber nach dem Ausgleich ist dann kaum was Nennenswertes passiert. Bis auf eines, das mir aufgefallen ist. Nämlich, dass Jude Bellingham offenbar mit kaputten Stutzen spielt. Ich dachte zuerst immer, das seien irgendwelche Markierungen, Pflaster oder sonst etwas. Aber er hat tatsächlich kaputte Stutzen an. Ist das irgendwie sein Markenzeichen? Ist das überhaupt erlaubt? Oder ist das dem Schiedsrichter einfach nicht aufgefallen? Das wollte ich natürlich recherchieren und bin drauf gekommen, das macht er offenbar öfter. Und auch andere. Und es ist sehr wohl erlaubt. Was man nicht alles noch lernt. In der zweiten Halbzeit gelang dann beiden Teams nicht mehr viel. Die Niederlande war sogar etwas besser. Doch England erzielte wieder mal ein Last-Minute-Tor. Und das zeigt einfach, egal wie lethargisch das England-Spiel vielleicht auch wirken mag, du musst sie bis zur letzten Sekunde im Auge behalten. Und Southgate hat mit seinen Wechseln ein Goldhändchen bewiesen. Ist damit allerdings auch ein großes Risiko gegangen, Harry Kane und Jude Bellingham auszuwechseln. Wenn das schief gegangen wäre, dann hätte er sich das wahrscheinlich jahrelang in der Presse anhören können. Und schade natürlich für die Niederlande. Die hatten große Träume nach 1988 wieder einen Europameister-Titel und vor allem wieder in Deutschland zu gewinnen. Spätestens nach zwei Spielen in der Gruppenphase habe ich mir gedacht, also wenn Spanien nicht Europameister wird, dann müsste schon gewaltig etwas schief gegangen sein im Lauf des Turniers. Ja und so ist Spanien meiner Meinung nach auch verdient weiter. Und England inzwischen auch. Einfach weil sie endlich mehr ihr Potenzial ausschöpfen. Aber auch für ihre Comeback-Qualitäten. Das Finale dürfte jetzt ein spannendes Spiel werden und ich freue mich schon drauf. Ich tippe auf einen Sieg von Spanien. Ich würde es aber wie gesagt auch mittlerweile England wieder mehr gönnen. Aber ich habe früh gesagt, dass ich Spanien als Europameister sehe. Und mein Gefühl hat mich schon 2021 nicht getäuscht. Damals habe ich, nachdem ich ihr erstes Spiel gesehen habe, gesagt, Italien wird Europameister. Und ich hatte Recht. Mal sehen, ob mein Gefühl wieder Recht behält.